Heute stelle ich euch eine weitere Mod vor, beziehungsweise einen Mod-Manager, mit dem ihr eure Mods managen könnt. Und warum das so cool ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit sag ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und heute schauen wir uns einen neuen Mod-Manager an. Und den müssen wir aber über den Paradox-Mod-Manager installieren. Also, das Ganze heißt Skype, ich bin hier in-game in dem Paradox-Mod-Manager und ich installiere das jetzt tatsächlich auch das erste Mal, damit ich euch zeigen kann, wie dieser Installationsvorgang abläuft. Diese Mod heißt Skype und da gehen wir jetzt mal drauf und hier steht, also in der Beschreibung und so, das könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen, aber hier steht irgendwo, das ist eine Standalone-Application, die wir benutzen können, ohne das Spiel zu öffnen. Und genau das werden wir jetzt mal installieren. Also wir müssen das in-game sozusagen aktivieren, also wir installieren mal die Mod. Sobald die Mod installiert ist, kommt hier immer der Hinweisliste der aktivierten Code-Mods geändert. Das Spiel muss neu gestartet werden und das werden wir jetzt tun. So, nachdem wir das Spiel neu gestartet haben, befindet sich hier im Hauptmenü ein neuer Menüpunkt, der heißt Install Skype und da drücke ich jetzt mal drauf. So, mal ganz kurz hier mal die Bildschirmaufnahme umschalten, denn ja, es wird tatsächlich eine eigenständige App installiert. Das machen wir jetzt alles mal. Ja, und dann ist sozusagen die App gestartet. Also das ist zwar jetzt, ihr seht im Hintergrund noch das Spiel und so, aber das ist eine eigenständige App, die ich auch auf einen anderen Bildschirm schieben kann oder irgendwas. Man muss das Spiel dafür nicht gestartet haben und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man nicht immer erst das Spiel laden muss, wenn man sich mal einen Überblick über die Mods verschaffen will oder Mods hinzufügen oder ändern, rausnehmen, wie auch immer was will. Was ich als erstes gemacht habe, war mal kurz hier in die Optionen zu gucken und habe die Sprache auf Deutsch gestellt. Also nicht wundern, wenn das bei euch auf Englisch ist, ihr könnt das in den Optionen umstellen. Und dann gibt es hier als erstes, ja, eine Übersicht. Dort werden mir Mods mit, oder gibt es hier den Kompatibilitätsbericht, da werden mir Mods mit einer Warnung eingezeigt. Gucken wir gleich mal rein. Und dann gibt es so ein bisschen Zusammenfassung und so. Das finde ich jetzt alles nicht so furchtbar wichtig. Hier haben wir dann als zweiten Menüpunkt die Paradox Mods. Das ist dann quasi die Übersicht, so wie wir das, ja, also so sieht es so ein bisschen nach Ingame aus. Wir können das Ganze aber auch als Liste, wie gesagt, darstellen. Alles, wo ein grünes Häkchen dran ist, das ist im Moment bei mir installiert und aktiviert, so wie ich das verstehe. Wir haben hier noch Links zu den Paradox Mods. Also dann kommen wir auf die Webseite. Ich klicke da mal kurz drauf. Jetzt schieben wir das Fenster rüber. Also dann öffnet sich diese ganz normale Übersichtsseite im Browser. Die Informationen, die finden wir aber auch natürlich, wenn wir auf die Mod-Ansicht klicken. Also ist nichts anderes als diese Informationen, die hier sozusagen drin sind. Ich weiß nicht, gibt es hier auch eine Galerie? Ja, gibt es auch. Also ist ehrlich gesagt alles ein bisschen schöner, finde ich, als in-game. Und vor allen Dingen auch ein bisschen schneller. Wir sehen hier zum Beispiel auch, wann wurde etwas zuletzt aktualisiert. Wir sehen aber auch, dass hier Mods mit Warnungen versehen werden. Und da können wir mal kurz reingucken. Also zum Beispiel hier steht Vorsicht. Das scheint eine etwas niedrigere Warnstufe zu sein als Warnung. Und hier steht Disable. Also ich nehme mal an, dass die Farben also wirklich auch eine Bedeutung haben. Können wir mal ganz kurz reingucken. Hier steht Vorsicht und hier steht Asset Pack Manager is very likely to break when the new patch is released. Okay, also müssen wir sozusagen aufpassen, wenn wir das jetzt installieren und es kommt ein neuer Patch, dann kann es sehr gut sein, dass genau diese Mod dann Probleme macht. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Hinweis. Wir können diesen Hinweis schlummern, also snoozen und sagen, interessiert uns nicht. Aber wir können den Hinweis auch ernst nehmen und sagen, ja, ich habe aber jetzt auch keinen Bock. Vielleicht kriege ich es auch nicht immer mit, wenn ein Patch kommt und so. Und irgendwann läuft das Spiel nicht mehr. Dann könnte es sein, dass es daran liegt. Also vielleicht will ich das dann gar nicht installieren. Hier haben wir zum Beispiel diese Extra UI Screens. Da gibt es eine Warnung. Bin ich mal gespannt, weil die, glaube ich, relativ häufig benutzt wird. After saving your city, you will no longer be able to load that safe without. Oh, oh, oh. Okay, also ich will jetzt nicht alle Mods durchgehen, aber nur mal so als Beispiel. Und das finde ich ist schon hart. Wenn du die Stadt speicherst mit diesem, mit dieser Mod aktiviert, dann kannst du danach deine Stadt nicht mehr laden, wenn du diese Mod deaktivierst. Und das wäre für mich zum Beispiel ein No-Go. Also wenn das jetzt Better Bulldoze ist, okay, dann sage ich mal, das ist eine Mod, mit der ich dann quasi immer spiele. Aber das ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, okay, das finde ich jetzt gut. Und auf solche Sachen müsst ihr beim Modden auch ein bisschen achten. Ich weiß, es ist alles so ein bisschen komplex und so. Und das macht auch keinen Spaß, sich um solche Sachen zu kümmern. Aber wenn ihr euch fragt, warum kann ich meine Stadt nicht mehr laden, dann kann es sein, dass es durch so etwas kommt und dass das irgendwie durch diese Mods halt kommt. Und wenn man hier sieht, dass es da 43.000 Abonnenten gibt, dann muss ich sagen, sind das schon relativ viele Leute, denen das offensichtlich egal ist oder die es nicht wissen. Und dann gibt es noch Disable, da können wir auch mal drauf schauen. Okay, das ist, die ist einfach broken, die Mod. Ja, also man soll warten, bis es ein Update gibt und in der Zwischenzeit soll man es doch bitte disablen. So, das finde ich sind sehr, sehr gute Informationen und wir haben das alles sehr, sehr übersichtlich hier in Listen oder noch kleiner. Also wie gesagt, das finde ich ist einfach eine super Sache. Und wir haben die Geschichte mit den Playsets. Die gibt es natürlich auch in Game, aber hier gibt es eine tolle Funktion. Also hier ist jetzt, das ist jetzt mein aktives Spielset, mit dem ich spiele. Ich habe nur dieses eine, ich habe keine anderen installiert oder aktiviert. Wir können jetzt ein Spielset hinzufügen und können nicht nur sagen, okay, ich will einfach ein neues Profil anlegen, sondern wir können unser aktives Spielset auch einfach klonen. Es hat jetzt kurz geladen und jetzt steht hier Clone Marvelomania Full Mod und das können wir jetzt, was weiß ich nennen, Test, Test 1, 2, 3. Und jetzt sind hier diese 26 oder hier steht es auch 26 Pakete, mit denen ich spiele, sind hier drin. Die müssten wir jetzt allerdings noch aktivieren. Also können wir hier oben als Stapelverarbeitung machen und da kommt eine kleine Warnung. Will ich wirklich 26 Mods aktivieren? Ja, will ich. Und jetzt sind die da drin und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, dieses Spielset, mit dem ich aktiv spiele, das ist schon okay, aber ich brauche zum Beispiel Color Adjustments nicht und den Foto Mode nicht und so. Also ich denke, ihr versteht das Prinzip oder hier auch das Zoning Toolkit. Das hat übrigens auch eine Warnung. Ja, und dann habe ich jetzt hier ein zweites Playset, also dieses Test 1, 2, 3 habe ich. Das ist jetzt das mit, na warte mal, sind die? Doch, die sind, ach, die sind da drin, aber nicht aktiviert. Okay, okay, verstehe. Wir können also auch sagen, also man kann die auch mit Mehrfachauswahl sozusagen anwählen. Also wenn ich jetzt Steuerung gedrückt halte, kann ich jetzt drei Stück auswählen und hier Stapelverarbeitung. Da kann ich hier wahrscheinlich sagen, remove selected items from your active Playset. Dann machen wir das mal raus. Color Adjustments, Foto Mode. Ah ja, man musste das nochmal aktiv analysieren hier oben über aktive Spielsätze. Jetzt haben wir nur noch 23 drin. Und hier sind dann die 26 Mods. Das ist ja mein Full Mod. Das werde ich jetzt auch wieder aktivieren. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn dieser Weg über diesen Mod Manager Skyf? Und ich muss sagen, ich finde es viel, viel besser, einen Mod Manager zu haben, der außerhalb vom Spiel läuft, als ständig, und wir können uns das ja mal angucken, als ständig hier über diese Paradox Mods dann irgendwie rüber zu gehen und so. Und also das hier läuft auch einfach irgendwie ein bisschen langsamer. Ihr seht, hier hat er auch schon Test 1, 2, 3. Das ist alles live auch schon drin. Finde ich super gut. Also, erster Punkt, Geschwindigkeit. Zweiter Punkt, Übersicht. Finde ich auch viel, viel besser, muss ich ganz einfach so sagen. Der dritte Punkt ist das Klonen von Spielsets, was für mich im Moment nicht so dolle relevant ist. Was ich jetzt machen möchte, und das wäre der nächste Grund zu sagen, oder noch ein Grund zu sagen, dieser Mod Manager ist besser als in-game. Ich habe jetzt mal Test 1, 2, 3 aktiviert. Und ich werde jetzt mal aus dem Spiel rausgehen. Einfach, um jetzt mal etwas auszuprobieren. Wir haben ja folgendes Problem in-game. Wenn wir Apps, äh, Apps, sag ich schon, wenn wir Mods hinzufügen oder, oder löschen oder sonst was, dann kommt immer dieser Hinweis, es wurde etwas an den Mods geändert. Bitte starten Sie das Spiel neu. Okay, und ich will jetzt einfach ausprobieren, äh, dass ich, ich nehme mal das Playset, und wir installieren irgendeine Mod, und ich will dann sehen, ob wir, ähm, ob die geladen wird. Also, dass ich das Spiel nicht nochmal neu starten muss, sondern, dass ich das alles hier verwalten kann, bevor ich starte, oder wenn ich zwischendrin mal in der Mittagspause denke, ach, ich gucke mal, was es für neue Mods gibt, dann installiere ich mir die, und wenn ich dann später das Spiel starten möchte, äh, dass das dann nicht nochmal neu gestartet werden muss. Das nervt nämlich unheimlich, finde ich, also, die, und manchmal muss man zweimal neu starten, und das ist immer noch so ein, so ein Ding. Also, lasst uns mal einfach die Water-Features installieren, ähm, da, das ist sicherlich etwas, was wir dann auch, ähm, sofort merken. Wir können uns hier nochmal ganz kurz angucken, wie wir das Ganze, äh, starten. Ich glaube, das ist einfach im Menü dann unten drin, ne? Naja, äh, hier sehen wir jetzt in der Übersicht auf jeden Fall auch, ähm, hier aktives Spielset. Und hier können wir anscheinend Cities Skylines auch direkt starten, das mache ich jetzt mal. So, ingame angelangt, werden wir jetzt mal ein neues Spiel starten. Ja, ist eigentlich egal, welches Spiel starten. Und dann hoffen wir, dass die Mods geladen sind. Also, meine Standard-Mods sind auf jeden Fall geladen, das kann ich schon mal sagen. Ähm, und jetzt gucken wir, wo Water-Features geladen sind. Äh, äh, da, Water-Features. Also, äh, das hat jetzt tatsächlich funktioniert und das, finde ich, ist ein weiterer Vorteil, warum man diesen Sky-Mod-Manager benutzen sollte. Äh, ich will jetzt auf die Mods an sich jetzt erstmal gar nicht so eingehen, das soll's auch gewesen sein. Ähm, einfach ein, ja, ein Video zu dem Mod-Manager Sky-Mod-Manager. Ähm, oder ob ihr sagt, äh, naja, das kann alles ingame auch genauso gut und bei mir läuft das vernünftig. Ich, ähm, werde mir da nichts installieren. Also, eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall immer dazu. Ähm, ich bin auch nach wie vor dabei, einige Mods auszusuchen und da Videos zuzumachen. Ähm, im Moment ist das zeitlich manchmal ein bisschen schwierig bei mir, aber, äh, ich will auf jeden Fall dranbleiben. Und ich will das Spiel aber natürlich auch weiterhin spielen. Ähm, und das ist dann immer so die Frage, was macht man wann? Aber es kommen auf jeden Fall noch einige Mod-Videos und, ähm, ja, ich sag danke fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.